Yo, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute hier mit dem vorletzten Video der Reihe, gucken uns die ganzen To-Be-Free-Agents der AFC North an. Heißt, wir haben Bengals, wir haben Ravens, wir haben Browns und wir haben Steelers. Jesus, ich vergesse immer das vierte Team. Egal, wo ich anfange, das vierte Team vergesse ich immer in jeder Division. Und morgen, höchstwahrscheinlich morgen, vielleicht übermorgen, haben wir dann die NFC North und dann sind wir durch mit dem Thema. Danach geht's natürlich immer noch weiter mit Free Agency. Das heißt, wer wird eventuell gefranchised taggt, wird heute auch schon ein Thema sein. Wer sind die besten Free Agents, die auf den Markt kommen? Vielleicht super fits für Free Agents? Welche Teams werden die Big Player sein in Free Agency? Und so weiter und so fort. Und dann beschäftigen wir uns natürlich jetzt gerade auch erstmal ein bisschen noch mit dem Combine die nächsten Tage, weil der stattfinden wird. Und danach geht's dann auch immer weiter Richtung Graft. Aber wie gesagt, heute erstmal AFC North, Free Agents. Wir fangen an mit den Browns. Die Browns sind das Team, was am schlechtesten dasteht, was Geld anbelangt. Nächstes Jahr von den vier Teams hier. Die haben momentan prognostiziert minus 8 Millionen oder sie haben momentan minus 8 Millionen Capspace für nächstes Jahr. Sind dann mit Team 27 in der NFL. Also auch da gibt's nur fünf Teams, die schlechter sind oder die weniger Geld zur Verfügung haben. Dementsprechend auch nicht so viel, was man da machen kann, Richtung Free Agents. Und wenn wir uns die Liste angucken, sind da schon ein paar bedeutende Namen drauf oder zumindest paar Namen, die zu einem gewissen Zeitpunkt mal sehr, sehr gut waren. Wir haben so Darius Smith ganz oben, dann Shelby Harris, Stakeem Grant, Joe Flacco und natürlich Comeback-Spieler des Jahres, Sione Takitaki und so weiter und so fort. Auf der Liste ist tatsächlich nur ein Restricted Free Agent drauf und kein Exclusive Right Free Agent, was es den Browns natürlich auch nicht einfacher macht, da noch mehr Leute zu resignen. Der Restricted Free Agent ist Halacy ganz unten. Oder der zweite von ganz unten. Boppity Keys ist ganz super. Ich weiß, man spricht hier nicht Boppity Keys, aber das ist so ein geiler Name. Ja, Browns sind in einer nicht so geilen Situation wirklich, wenn man sich das für das nächste Jahr anguckt. Und ich sag mal, für ein Team, was so wenig Geld hat, was also schon so viel Geld irgendwo in Leute reingesteckt hat, sahen die letztes Jahr halt auch nicht so gut aus. Natürlich ist da auch immer noch die Frage, wie sind die Verträge strukturiert? War das quasi Absicht, dass man jetzt nächstes Jahr erstmal relativ wenig hat, um dann vielleicht hinten raus bei manchen der Verträge ein bisschen mehr Geld zu haben? Auch wenn die meisten NFL-Verträge eigentlich eher backloaded sind. Aber was auch immer. Ich glaube, die, die man behalten sollte, sind vermutlich oder meiner Meinung nach, die man priorisieren sollte von der Liste, sind alles Defense-Spieler. Ich würde versuchen, von Sione Takitaki und Anthony Walker mindestens einzubehalten, wenn es geht, vielleicht sogar beide. Und ich glaube, ich würde Jordan Elliott als Defensive Tackle versuchen zu behalten. Abgesehen davon wird man vermutlich relativ viel gehen lassen müssen. Ich glaube, ein Kareem Hunt wird auf jeden Fall gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Sedaris Smith resignen, es sei denn, der will unbedingt da bleiben und nimmt deutlich, deutlich weniger Geld. Ansonsten, da kann man wirklich an vielen Stellen irgendwie anfangen, vielleicht bringt Marquise Goodwin noch was für ein Jahr, vielleicht bringt Jahkeem Grant noch was für ein Jahr, was ist mit Fleck und nochmal als Backup haben und so weiter. Sehe ich alles ehrlich gesagt nicht passieren, wenn von denen was, dann vielleicht wirklich noch Fleck als Backup, wenn er irgendwie wenig Geld haben will. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass irgendein anderes Team dann noch als Backup oder ihn als Backup holen will. Also, keine Ahnung, ganz, ganz schwierige Situation bei den Browns. Gott sei Dank, sage ich mal, keine absoluten Leistungsträger, die man dieses Jahr verlängern muss. Aber da werden auf jeden Fall schon ein paar in die Free Agency gehen, von denen man eigentlich gedacht hätte, vielleicht wollten wir die lieber hier behalten. Also, kein ideales Szenario für die Browns, aber auch nichts irgendwie, was jetzt, keine Ahnung, Ending ist. Wo sind meine, wo sind meine, meine, hä? Ich habe abgewaschen vorhin und habe die abgemacht dafür. Ich habe mich komplett nackt gefühlt gerade. Nächstes Team auf unserer Liste sind die Ravens. Waren über weite Strecken der Saison ja ein Super Bowl-Favorit für viele, haben es dann am Ende nicht geschafft, reinzukommen. Wieder, ja, schon enttäuschend ausgeschieden am Ende aus den Playoffs, aber trotzdem ein verhältnismäßig gutes Team. Die haben 12 Millionen zur Verfügung, sind damit das 24-beste Team, also auch eher am unteren Ende zu finden. Wenn wir uns da die Free-Agent-Liste angucken, sehen wir auch da, da sind ein paar große Namen drauf und da sind auch ein paar sehr wichtige Spieler drauf. Wir haben, oder Beckham ist vermutlich nicht so der wichtige Spieler, aber ist ein großer Name. Kevin Seidler ist wichtig. Also, klein ist ein bisschen die Frage, ob man den, naja, was auch immer. Gus Edwards könnte wichtig sein. Patrick Queen ist wichtig. Devin Clowney, großer Name. Gino Stone war wichtig letztes Jahr. J.K. Dobbins, riesiger Name, riesige Entscheidung. Justin Madebuike, riesige Entscheidung. Devin Duvernay, Returner und so weiter. Also, hier sind schon echt ein paar wirklich bedeutende Spieler drauf und ein paar wirklich wichtige Entscheidungen. Auch hier interessanterweise nur ein Restricted Free-Agent und kein Exclusive Right Free-Agent. Der Restricted Free-Agent ist hier tatsächlich ganz, ganz unten, der Darius Washington. So. Ich habe mir bei den Ravens fünf Spieler aufgeschrieben und ich wage schon zu bezweifeln, dass man die fünf alle so ordentlich kriegt. Vermutlich werden dann, also logischerweise werden dann noch viel mehr von einem loweren Level da bleiben und so weiter. Ich habe Priorität erstmal auf die beiden O-Liner gesetzt und gesagt, Kevin Seidler, wenn er irgendwie wieder zurückkommen kann, beziehungsweise bleiben kann theoretisch, dann wäre es cool. John Simpson genau das Gleiche. Mit Prio eigentlich, ich weiß nicht wie rum, da kommt dann das Alter noch mit rein und das Geld und so. Aber mindestens einen von beiden muss man halten. Wenn man versucht, das Team offensiv, den Charakter des Teams offensiv mehr oder weniger zu lassen, muss man vermutlich versuchen, beide auf dem Level zumindest zu behalten. Patrick Queen wäre cool, wenn er bleibt, aber da kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel einer ist, wo man dann am Ende das Geld nicht für hat, weil ich mir da auch sehr gut vorstellen kann, dass irgendein Team dem ein relativ dickes Angebot macht. Geno Stone würde ich gerne da weiter sehen. Problem hier ist, der ist vermutlich halt Safety 3 und wird bestimmt von irgendeinem Team Safety 1 oder 2 Geld kriegen. Deswegen halte ich das für relativ unwahrscheinlich, aber es probieren kann man auf jeden Fall. Da wirklich in den Bieterkrieg reinzugehen, weiß ich nicht genau. Devin Duvernay würde ich auf jeden Fall behalten. Ich glaube, der kann als Receiver noch mehr zeigen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen ein bisschen zu viel Hoffnung ist, die ich dann noch reinstecke, weil bisher war halt wirklich relativ wenig als Receiver, aber als Returner ist halt immer noch super, super, super gefährlich. So, und das war es mit der Liste. Das heißt, ihr werdet merken, dass ich da zum Beispiel in Justin Matabuike einfach runtergelassen habe, weil ich glaube, dass der einen der dicksten Verträge insgesamt kriegen wird in der Free Agency und nicht mal nur für seine Position oder für Defense oder was auch immer. Und ich glaube einfach, dass man sich das dieses Jahr nicht leisten kann als Ravens bzw. dass einen das zu sehr einschränken würde an anderen Stellen. Und dann nehme ich vielleicht lieber das Geld, was man sich da gespart hat, was man nicht in ihn investiert hat und versuche damit dann vielleicht einen Patrick Queen und einen Geno Stone zu halten oder so. Klar wird wehtun, dass Matabuike geht, aber ich glaube nicht, dass du ihn behalten solltest in so einem Bieterkrieg mit anderen Teams und dafür dann andere Spieler nicht verlängern kannst. Das Einzige, wo man darüber nachdenken könnte, wäre der Franchise Tag und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das passiert jetzt bei den Ravens. Und auch das würde halt relativ viel Geld für nächstes Jahr für ihn rausgeben. Also, ganz komische Situation, aber ich würde ihn vermutlich am ehesten dann einfach gehen lassen. Es ist nicht geil, aber es ist das Szenario. Nächste Sache ist J.K. Dobbins. Liebe den Typen, so viel Pech gehabt die letzten Jahre mit Verletzungen und so weiter. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr guter Spieler gewesen. Aber der kommt von zwei dicken Verletzungen back-to-back. Der Running Back-Markt ist tot. Weiß ich nicht. Vielleicht, das kommt jetzt sehr auf ihn an. Vielleicht will er so einen Prove-It-Deal und nimmt einen Einjahresvertrag für verhältnismäßig wenig Geld. Dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Aber, I don't know, schwierige Sache. Das ist menschlich, würde ich sagen, ja, gebt ihm seinen Vertrag und lasst ihn als Raven retiren und blablabla. Aber business-technisch weiß ich nicht, ob man das machen kann. Wir sind bei den Steelers. Auch die Steelers haben 12 Millionen zur Verfügung, sind damit 23. Also einen Platz vor den Ravens. Wenn ihr euch fragt, warum die mit gleich viel Geld einen Platz davor sind. Es ist natürlich nicht gleich viel Geld, gleich viel Geld, sondern es ist ein bisschen aufgespalten. Und ich sage euch nur, den glatten, gerundeten Millionenbetrag. Die Steelers haben 12,429 Millionen zur Zeit und die Ravens haben 12,078 Millionen zur Zeit. Deswegen, da ist eine halbe Million ungefähr Unterschied. Deswegen Steelers über den Ravens. So, Steelers Liste geht eigentlich, ist halbwegs überschaubar. Jetzt kommen wir halt langsam in so ein Gebiet, wo ich auch immer aufpassen muss, weil wenn mir eine Nachricht entgeht und natürlich habe ich nicht die ganzen Verträge von den Spielern im Kopf, könnte es passieren, dass ich mir jetzt hier die Liste angucke und sage, oh, Mason Cole wird Free Agent. Ja, den sollen sie auf jeden Fall resignen. Was halt ein bisschen Quatsch wäre, weil sie den gecuttet haben. So, die haben den gecuttet, um geldlos zu werden. Könnte man jetzt halt immer noch sagen, die sollen den zurück sein, aber es ist halt sehr unwahrscheinlich. So, und da muss ich aufpassen, weil es kann ganz, ganz schnell passieren, dass mir gerade mit meinem jetzigen Schlafrhythmus, wenn ich normal schlafe, morgens aufstehe und was mache, dass über Nacht irgendwas passiert ist, was ich einfach nicht mitgekriegt habe, was ich vielleicht nicht auf meiner Twitter-Timeline habe oder so. Und da muss ich, wie gesagt, muss ich jetzt sehr, sehr aufpassen. Und das ist auch wichtig für euch. Also, zum Beispiel Mason Cole, bei dem ich normalerweise, wenn er ein normaler Free Agent wäre, gesagt hätte, auf jeden Fall, ja, resign den, bla 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 bla, der wurde gecuttet. Also, der zählt nicht wirklich als Free Agent, sage ich mal. Ansonsten, wir sehen Mitch Trubisky drauf, auf jeden Fall ähnliches Szenario. Miles Killebrew, Marcus Gordon, Quan Alexander, aber hier tatsächlich sind nicht so die dicken Namen drauf bei den Steelers. Was gut ist natürlich im Jahr, wo man nicht so viel Geld zur Verfügung hat. Wir haben einen Restricted Free Agent, genau, das ist Chappelle Russell und dann hier aber tatsächlich auch zwei Exclusive Right Free Agent, das sind René Ren und Dylan Cook. Auch wieder relativ weit unten, ansonsten alle Unrestricted Free Agent. Bei den Steelers habe ich mir nur zwei Spiele aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, oh, die würde ich ganz gerne haben, die würde ich ganz gerne resignen und selbst bei den beiden, wenn die gehen, I don't care. Das erste ist Levi Wallace, so. Ich glaube, die Position sollte auf jeden Fall geupgradet werden, Cornerback, aber man sollte ihn trotzdem behalten, als Spieler dann dahinter, beziehungsweise wenn sich wer verletzt, weiß man, dass er reinkommen kann und dass er in so einer Rolle auch auf jeden Fall funktionieren kann. Sollte er weiterhin Corner vermutlich eins sein, höchstwahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall trotzdem behalten. Und der zweite ist Montrevis Adams, auch der, also der noch klarer, sage ich mal, als Backup, Backup. Ich glaube, da kann er einen richtig guten Job machen, Position Flexibility, also kann auf mehreren Positionen Backup sein. Und das sind die einzigen beiden, die ich mir aufgeschrieben habe. Man könnte noch argumentieren für den Miles Killebrew, weil der einer der besseren oder einer der besten vielleicht Special-Teams-Spieler ist in der NFL. Da kommt es jetzt wirklich darauf an, ob der versuchen will, irgendwo als Safety aufgenommen zu werden und als Safety eine Option zu kriegen. Wenn nicht, dann bleibt der Special-Teamer. Da wird es vermutlich nicht den krassesten Bieterkrieg geben, weil das wäre halt merkwürdig, wenn man bei sowas anfängt, extrem viel Geld zu bieten. Dann kann ich mir vorstellen, dass er bleibt, aber es wäre für mich jetzt nicht so die allerhöchste Priorität. Also wenig Geld zur Verfügung bei den Steelers, aber trotzdem eigentlich eine ganz geile Situation, weil die Free Agent Class, die rausgeht, nicht so wirklich heftig ist. Es ist schade, dass man Mexico entlassen musste. Das heißt, da passieren im Hintergrund Sachen mit Cap, wo ich jetzt nicht genau weiß, wo der Plan liegt und so weiter. Vielleicht versuchen sie Geld freizumachen für den einen oder anderen Quarterback, den man eventuell ertraden könnte. Ich glaube, Russell Wilson ist da zur Zeit sehr im Gespräch. Aber ja, es macht auf jeden Fall einen dicken Need auf jetzt für entweder Free Agency, was ein bisschen Quatsch wäre, oder dann halt eher für den Draft. Letztes Team für heute ist das Team mit dem meisten Geld in der Division zur Verfügung zumindest, nicht mit dem meisten Geld vom Owner, keine Ahnung, wer da am meisten Geld hat. Bengals haben 52 Millionen frei für nächstes Jahr, damit Top 10, zwar genau Zehnter im Caps Base Ranking. Gute Situation, letztes Jahr absolut ein Down-Year gehabt, die Bengals, aber es gehen nicht allzu viele wichtige Spieler in die Free Agency und ich denke, man kann die meisten davon halten mit dem Geld, plus dann eventuell Externe noch reinholen. So, wir gucken uns die Liste an. Wir sehen ganz oben natürlich DJ Reader, Tyler Boyd, bis du weiter unten, Jonah Williams, Tee Higgins, Earth Smith, sind schon ein paar bedeutendere Namen, sage ich mal. AJ McCarron ist vermutlich noch ein Begriff, Cody Ford vielleicht, Tanner Hartz ist ein Trenton Irvin, was weiß ich, aber es ist trotzdem jetzt nicht die absolute Starliste. Hier habe ich mir auch ein paar mehr Leute aufgeschrieben, von denen ich denke, dass man sie behalten sollte. DJ Reader wird höchstwahrscheinlich teuer, aber ich glaube trotzdem, dass er bleiben sollte. Und man hat das Geld dafür. Jonah Williams wird höchstwahrscheinlich nicht teuer als Offensive Tackle oder nicht allzu teuer. Und ich glaube trotzdem, dass man ihn behalten sollte. Ich glaube, der spielt auch noch nicht da, wo er mal spielen kann. Hat er auch sein erstes NFL-Jahr verpasst, wenn ihr euch erinnert und so weiter. Ich habe mir beide Tidents aufgeschrieben, Tanner Hartz und Drew Sample. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell nur einen davon resignt, weil ich erstens glaube, das würde sehr gut passen, dass sie im Draft auf Tident gehen und zweitens streut Daniel Jeremiah die ganze Zeit nicht das Gerücht, aber sein Gefühl, dass die Bengals sehr, sehr scharf sind auf Brock Wright, wollte ich gerade sagen. Jesus Christ. Egal. Auf Georgia Tident. Brock Bowers. Brock Wright ist der dritte Tident oder so von den Lions. Also, ne? Ja, auf Brock Bowers, dass die sehr scharf sind auf den. Passt gut zusammen. Kann ich mir vorstellen, dass sie einen neuen Nummer 1-Teilern reinholen wollen. Entweder Tanner Hartz oder Drew Sample dahinter. Vielleicht sogar beide oder nur einen von beiden und dann doch irgendwie Earth Smith. Kann ich mir vorstellen. Cody Ford würde ich sehr, sehr gerne behalten als Offensive Lineman. Hat auch am College schon Position Flexibility gezeigt, also dass er mehrere Positionen spielen kann in der O-Line. Das ist immer wichtig für ein Backup, meiner Meinung nach. Ich glaube, Akeem Davis, äh, Davis, Davis Gaither hat sich gehalten. Ähm, und ich glaube auch da, der, der könnte sich definitiv noch verbessern. Äh, der ist sehr, sehr lang, sehr rangy und so weiter und das kann auf jeden Fall noch zum Vorteil sein, werden, wenn da ein bisschen mehr Erfahrung noch mit reinkommt und sowas. Und dann habe ich mir Jack Browning noch aufgeschrieben, einfach als solide Backup-Option, der jetzt auch schon ein bisschen im System ist, der seinen Job okay gemacht hat und so weiter. Ähm, also ja, DJ Reader, Jonah Williams, einen von den beiden Teilhands, Cody Ford, Akeem Davis Gaither und Jack Browning. Das sind meine Prioritäten für die Bengals. Aber die haben sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Also die haben eigentlich die Hände komplett offen. Nächste Sache, die jetzt vielleicht ein paar Leute verwirrt, äh, Tyler Boyd würde ich gehen lassen. Und Tee Higgins würde ich natürlich nicht gehen lassen. Aber den habe ich jetzt einfach mal nicht aufgeschrieben als Priorität, weil da schon so gut wie safe ist. Also das kommt schon von den ganzen Insidern raus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob die NFL das sogar schon gepostet hat oder so. Aber es ist so gut wie offiziell, bevor es wirklich offiziell sein kann, dass die Bengals in Franchise taggen werden. Das ist ja diese Option für das Team, dass man quasi sagt, okay, wir bezahlen dir genau so und so viel Geld. Das ist ligamäßig festgelegt. Dann nimmst du den Durchschnitt von den Top 10 Gehältern oder sowas auf der Position und sagst, okay, dafür kannst du nirgendwo anders hin. Wir, wir claimen dich jetzt quasi. Du bleibst bei uns. Also es ist so gut wie safe, dass er bleibt. Deswegen habe ich den einfach jetzt mal komplett rausgelassen aus dem ganzen Hypothetischen. Gut, das war's mit dem Video heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.